Ein Monat ist schon wieder vorbei und es ist geil, dass du auch wieder mit dabei bist und mich diesen Monat August auch schon wieder begleitest. Und wir schauen uns auf jeden Fall mal an, was den Monat Juli alles so passiert ist. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann bleib auf jeden Fall dran. In der Zwischenzeit darfst du aber auch sehr, sehr gerne ein Follower dalassen, ein Like dalassen und ja, ist für dich kostenlos. Und für mich bedeutet es die Welt. Hi Friends, willkommen zurück zu einem neuen Video. Nicht nur Friends, sondern ihr seid hier meine Brillis, das wissen wir schon. Das muss ich bei mir auch nochmal ein bisschen in meinen Sprachgebrauch natürlich nochmal mit einbeziehen. Ihr seht, es ist ein etwas anderes Ambiente, wo ich hier gerade sitze. Und zwar seid ihr ganz kuschelig in meinem Schlafzimmer. Denn das ist fast der einzige Raum, wo noch eine weiße Tapete ist, damit wir uns oben im Wohnzimmer halt nicht so unbedingt stören. Da pente ich zwar, da drehe ich auch schon mal ganz gerne Reels, aber wenn er nicht da ist, wenn er dann irgendwo gerade mal kurz fünf Minuten weg ist. Und dann drehe ich da meistens meine Reels, dann stören wir uns gegenseitig nicht. Und ja, in der Küche, da drehe ich ja dann meistens meine Unboxings. Da seht ihr dann immer halt meinen Küchentisch. Da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich da einfach mal irgendwie eine Decke so drüber lege oder sowas. Findet ihr, dass der Tisch oder diese Tischfarbe, also so ein Braun, dass das irgendwie da nicht so passt oder so? Also ich finde es eigentlich irgendwie ganz cool, aber vielleicht habt ihr ja irgendwelche anderen Vorschläge. Das ist, wie gesagt, die einzige weiße Tapete, die wir sonst haben, weil in der Küche die andere Tapete, die ist mir zu unruhig. Das gefällt mir für Videos nicht. Und wenn ich euch dann zum Balkon hin filme, das gefällt mir auch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, alles klar, ich verkümmel mich einfach mal im Schlafzimmer, habe so ein bisschen was umgeräumt, was so einigermaßen auch stehen bleiben kann und ich nicht immer alles umräumen muss. Und deswegen lassen wir das doch einfach mal so, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich versuche das mal für die nächsten Videos. Und ja, ich habe ja auch noch mal so ein kleines Pflänzchen, wo ich sehen muss, das müssten wir vielleicht auch mal ein bisschen gießen. Die ist nämlich noch echt. Ja, was war alles los im Monat Juli? Das zeige ich euch sehr, sehr gerne. Es ist aber auch noch etwas passiert. Und zwar betrifft das ja noch den August. Doch, ich glaube, das war schon im August. 2. August oder sowas. Und da haben wir die 1000 Follower gepackt. Sehr, sehr geil. Gute vier Monate, nicht ganz vier Monate, haben wir gebraucht, damit wir hier 1000 Follower voll bekommen. Und das bedeutet, ab jetzt kann ich euch noch viel, viel coolere Sachen zeigen. Denn jetzt habe ich noch viel, viel andere Möglichkeiten, damit dieser Kanal mit seinen Fähigkeiten und mit seiner Vielfalt noch viel, viel weiter wächst. Und da wir jetzt 1000 Follower sind und ich das ja bei den 500 auch schon gesagt habe, gibt es natürlich auch eine Verlosung. Und ich habe gedacht, ich mache da kein extra Video, sondern ich verbinde das jetzt einfach mal mit einem Rückblick vom Juli. Das hat nämlich einen ganz, ganz bestimmten Grund. Müsst ihr diesem Video ganz, ganz aufmerksam folgen. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet. Ich hätte es vielleicht auch früher sagen können, aber ist egal. Und zwar ist dieses Video schon das Gewinnspiel-Video mit drin. Und zwar werde ich euch dieses Emoji ein paar Mal ab jetzt, also vorher nicht, also am Anfang nicht, sondern ich werde euch ab jetzt dieses Emoji hier das ein oder andere Mal einblenden. Und deswegen musst du auch ganz genau aufpassen bei diesem Video und die ganz, ganz fleißig mitzählen. Und dann unten in die Kommentare einfach nur die Zahl reinschalten. Also die Zahl und dann einmal das Emoji einmal dahinter schreiben, damit ich das hinterher rausfüllen kann. Und somit kommst, gehst du automatisch in den Lostopf und genau, dann werde ich auslosen hinterher. Da habe ich ja schon mal ein Video dann drüber gemacht, wo ich dann auslose, wer gewonnen hat, das 1000-Follower-Gewinnspiel. Und danach sage ich euch dann, wie ihr mich kontaktieren könnt. Eigentlich wisst ihr das ja schon, aber ist egal. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was kann man gewinnen? Letztes Mal hat er von Teenie Schnick-Schnack gesprochen. Für ein Bild wird es nicht ganz reichen, weil ja, dafür sind die Bilder halt einfach zu kostenspielig. Und ich nehme natürlich mit YouTube nicht, wer weiß wie viele tausend Euro ein. Schade. Und, aber trotzdem möchte ich euch etwas von Teenie Schnick-Schnack geben. Und zwar ist das dieser wunderschöne, oh warte mal, man sieht nicht richtig da, diesen wunderschönen, ne Aufsteller ist es nicht, es ist ein Fensterbild. Oder es ist ein Aufhänger, muss man nicht am Fenster machen, kann man auch an der Wand machen. Und zwar ist das diese süße Fledermaus, wie heißt sie, irgendwas mit F glaube ich, Finja? Ne, weiß ich nicht. Schreibt es mal unten rein, ich bin bestimmt jetzt voll vor, als zu gucken, wie die Fledermaus heißt. Richtig, richtig, richtig cute. Würde ich es gerne selber painten, aber ich habe gedacht, die gebe ich euch auf jeden Fall in den Lostopf rein. Und die könnt ihr gewinnen. Und zusätzlich werde ich euch meinen, das sieht natürlich auch wieder super geil aus, aber das ist der E-Painter. Den werdet ihr schon mal gesehen haben in meinem Alternativ-zu-Wachs-Video. Für mich war er jetzt nichts, aber ich habe gedacht, wegwerfen möchte ich ihn auch nicht, zurückschicken fand ich auch irgendwie blöd. Und deswegen habe ich ihn dann bebehalten, weil ich gedacht habe, alles klar, wir haben ja bald die 1000 Follower voll. Und deswegen möchte ich diesen E-Painter und dieses wunderschöne Fledermaus-Anhänger-Motiv von Teenie Schnickschnack an euch verlosen. Und natürlich werdet ihr bestimmt noch so das ein oder andere Goodie von mir mit dabei haben. Ich stehe ja immer im Endkontakt mit dem Steinchen, suche die. Und da wird vielleicht so das ein oder andere mit dem Paket landen. Aber das verrate ich euch noch nicht. Es soll ja auch eine kleine Überraschung werden. Deswegen ganz, ganz fleißig das Emoji zählen. Einmal unten in die Kommentare die Anzahl plus das Emoji dahinter. Also, was weiß ich, eine 2 und dann die Fledermaus. Ich habe gar nicht gesagt, wer ist das Emoji, eine 2 und dann das Fledermäuschen dahinter. Und dann werdet ihr automatisch in den Lostock mit ausgelost. Und in zwei Wochen, also wenn das Video rauskommt, ist der, das muss ich mal eben nachüberlegen. Genau, wenn das rauskommt, ist der 7. August, somit zwei Wochen später, 7 plus 7 sind 21. Also am 21. August wird dieses Video ausgelost. Also werde ich ein Video machen, wo ich das auslose. So. Jetzt sind schon wieder Minuten hier vergangen. Und ist schön, dass du mir immer noch zuhörst. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was der Juli für ganz, ganz tolle Sachen für uns bereit gehalten hat. Und zwar möchte ich als allererstes mit diesem wunderschönen Colibri beginnen. Und zwar habe ich dazu ein Haul-Video gemacht. Und zwar ist der von Action. Ich bin da zu Action reingegangen und habe mir gedacht, boah, was hat Action für coole Sachen? Vielleicht, weiß ich nicht. Ein Bild, weiß ich nicht, ob ich mir das gekauft hätte. Also ich war letztens wieder bei Action, habe überlegt, na, kaufe ich ein Bild. Aber nur, um es dann hinterher zu verlosen, fand ich dann auch irgendwie ein bisschen kacke. Weil, ja, dann nimmt man irgendwo anderen was weg. Weil ich paint nichts Rundes. Das ist mein Problem. Ich wollte auch schon immer mal zum Beispiel von Artedot oder so ein Video machen. Weil die Firma finde ich auch ganz, ganz spannend. Aber ich paint keine runden Bilder und die haben keine eckigen. Und ich finde es dann halt auch irgendwie blöd, wenn die Sachen dann in der Ecke liegen. Und sowas, also so Teilbilder oder Stick. Oh, warte mal, da geht schon so ein Steinchen ab. Ich habe das natürlich auch nicht versiegelt. Fällt mir gerade auf. Hört mir sich auch nochmal versiegeln. So Teilbilder, Aufsteller, Sticker, etc. Da ist mir das mit den runden Sachen oder mit den Rundsteinen vollkommen egal. Das mache ich dann sehr, sehr gerne zwischendurch. Aber ein komplettes Bild paint ich nicht in Rund. Und deswegen, das fand ich dann halt irgendwie ein bisschen blöd. Weil hinterher möchte das irgendeiner kaufen und hat da nichts bekommen. Und da bin ich hinterher dran schuld. Ja, das konnte ich irgendwie mir nicht vereinbaren. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Und ja, aber wir kommen zurück zu dem Teilbild von Action. Das ist auch bisher das Einzige, was ich von dir gemacht habe. Die anderen beiden, das wird auch noch ein bisschen dauern. Dann werdet ihr, denke ich auch mal, in dem nächsten Monatsrückblick auch nicht unbedingt irgendwas Kleines finden, sondern eher halt Bilder, weil ich da mein Content eher drauf lege. Aber dieser Kulibri war so, so toll. Ich habe sogar drei davon. Ich habe bei Action nämlich noch einen Baum gefunden. Aber für ein Teilbildchen habe ich jetzt kein Video gemacht. Könnte ich halt mal nur hier drüber drehen. Naja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Bild. War ganz, ganz toll mit den Sondersteinchen. Hier mit den, sind sie? Und da, mit diesen Muscheln quasi, also mit diesen Muschelnsteinchen. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und das hängt komischerweise auch, oder steht, ich habe es nicht aufgegangen, aber es steht bei mir im Flur. Ich hätte ja gedacht, ich würde das dann einfach in die Ecke legen und in den Schubladen oder sowas. Nee, ich finde es ganz so schön. Oder wir können es ja auch hier einfach in den Hintergrund hängen. Guck mal, guck mal, das sieht doch schön aus. Guck mal, dann können wir das, in Zukunft hänge ich das einfach hier hinter. Dann mache ich die anderen auch. Dann machen wir uns das ja schön, würde ich einfach mal sagen. Schön bei der Hohen im Schlafzimmer. Lieben wir. Das war einmal das Teilbild. Aber es ist etwas Kleineres. Und dann habe ich noch etwas fertig, was ich sogar schon eingerahmt habe. Und zwar ist das der Keksi von Teenie Schnickschnack. Schaut mal, ist das nicht ein wunderschönes Motiv? Ich liebe ja dieses Motiv. Noch mal eine kleine Anekdote zu diesem Bild. Und zwar ist dieses Bild. Ich war ja, ich war zu langsam, als das damals rauskam. Ich habe mir gedacht, ach, das brauchen wir nicht. Und dann war ich hinterher doch traurig, dass es nicht mal rauskam. Und ich habe ja auch Teenie, ich bin ja mit Teenie dann schon mal öfters im Gespräch, habe ich Teenie auch gefragt. Ich so, hör mal, kannst du das nicht noch mal rausbringen? Und sie bringt es nicht raus, weil es war eine limitierte Auflage. Und deswegen bringt sie es nicht noch mal raus. Und da war ich so, so traurig. Und dann habe ich mir gedacht, wie komme ich an dieses Bild dran? Und ja gut, das Bild ist halt von Sandrietta. Das bedeutet, man kann Sandrietta quasi anschreiben. Entweder sagt sie, ja komm, ist okay. Oder man gibt dir, was weiß ich, so 5 Euro dafür oder sowas, damit sie dir das Bild zuschickt und dann kannst du es dir personalisieren lassen. Es gibt ja genug Shops, die Bilder personalisieren für einen Preis, den man auch bezahlen möchte oder auch kann. Und ja, da wo man auch ganz gute Qualität halt dementsprechend hat. Ob man es jetzt personalisiert, irgendwo zum Beispiel bei Ali oder Timo oder Amazon oder wo auch immer, ist ja vollkommen egal. Genau, ich habe mir jetzt auch mal ein Bild personalisiert. Nicht das, das habe ich ja schon bei einem China-Shop. Und da bin ich auch mal gespannt, wenn das ankommt, werde ich euch da natürlich auch drüber berichten, wie ich das finde und wie wir das auspacken und wie das aussieht. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Vielleicht ist das halt so ein Shop, wo ich mir halt zwischendurch auch mal was personalisieren kann. Wenn solche limitierten Editionen dann zum Beispiel nicht mehr verfügbar sind und dann kann man einfach das Bild nehmen, kann sagen, hör mal, ich möchte das in eckig oder in rund, ich möchte noch ein paar Sondersteine dabei haben, mach mal. Finde ich geil, deswegen freue ich mich da drauf, das für euch auf jeden Fall zu testen. Aber dieses Bild ist das Original von Tini Schnickschnack und ich habe da mal so rumgeheult in einem TikTok live und deswegen habe ich, und dann hat mir eine ganz, ganz liebe Zuschauerin, gesagt, ey, hör mal, ich habe das, ich würde es dir verkaufen. Und dann hat es mir verkauft. Ich habe nur den Coverminer noch nicht. Hat einer den Coverminer? Ich brauche den Coverminer davor noch. Gibt es hier irgendeinen, der den Coverminer hat? Ich fände es geil. Sponsor mal. War ein Witz. Genau. Fand ich sehr, sehr cool. Hat AB-Steine gehabt. Wie viele, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Weil ihr kennt meine Videos und da habe ich, glaube ich, gar kein Unboxing zu gedreht, aber auch zu den anderen Bildern. Schaut einfach in mein Unbox-Videos mit rein, welche Sonderstellung gefällt. Wenn ich es ungefähr noch weiß, dann sage ich es euch. Ansonsten schaut einmal ganz kurz nach. Gut, hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Hat mir ganz viel Freude gemacht. Tolle Farben, tolle Pixelung. Wie gesagt, AB-Steine, es glitzert super toll. Es ist ein absolutes Herzensprojekt von mir gewesen. Und ich danke nochmal der lieben Follorin, wenn du mir zuschaust, der ich das bei TikTok abgekauft habe, dass du mir das verkauft hast. Und ja, und mich nicht bei Apple-Tast. Man weiß ja nie, man überweist, was weiß ich, 40, 50 Euro. Weiß ich gar nicht, ob es so viel genommen hat. Aber die Bilder von Chini kosten ja zum Teil 40, 50 Euro. Und wenn man das dann halt Fremden überweist, weiß man halt dann nie, ne? Und kommt das auch wirklich an oder auch nicht? Da hängt halt immer noch ein bisschen Vertrauen zu. Und ja, jetzt ist es fertig. Es ist eingerahmt und es hängt in mein Wohnzimmer. Und das werdet ihr in meinen Storys, in meinen Shorts, in meinen Videos, je nachdem, was ich oben alles drehe, immer und immer und immer und immer wieder sehen. Und ich hoffe, ihr werdet auch das nächste Bild irgendwann mal sehen, wenn ich mal einen Rahmen habe, was ich auch schon 35 Mal gesagt habe. Aber es hat mir noch niemand gesagt, da kannst du einen Rahmen in 60x60 kaufen. Und zwar geht es um das super Foto Rainbow Girl von Trudis Diamond Painting Art Shop. Ein wundervolles Bild. Das war ja mein allererstes Bild, was ich von Trudis Diamond Painting Art Shop gemacht habe. Und das ist super, super schön. Es ist eine ganz, ganz tolle Qualität. Das ist auch schon versiegelt und allem. Der Rand ist schon abgeschnitten. Eine ganz, ganz tolle Qualität. Wir haben einen riesen Vorteil bei diesem Shop. Der riesen Vorteil ist nämlich, wir können uns die Größe aussuchen. Also erst mal suchst du dir das Motiv aus. Ob es jetzt das Foto Girl hier ist oder ob es irgendein anderes ist. Wir haben so, so viele tolle, einzigartige. Was heißt einzigartige? Aber die hat ganz, ganz viele lizenzierte Bilder bei sich. Das ist jetzt zum Beispiel von Salzkatze. Und ja, es sind lizenzierte Bilder dementsprechend. Und der Vorteil ist, ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Ihr könnt euch die Größe aussuchen. Und 50 mal 50, 60 mal 60, das ist 60 mal 60. Ich würde, das würde ich allerdings ein bisschen größer wählen, meiner Meinung nach. 70 mal 70, 80 mal 80, mega geil. Das neue Bild, was ich vorhin habe, habt ihr auch schon in Unboxing Bestimmungen gesehen. 70 mal 70, das ist schon ein Schinken. Aber das Bild ist schon super cute. Ihr könnt euch aussuchen, welche Steine ihr gerne haben möchtet. Also welche Sondersteine. Klar, rund und eckig könnte ich aussuchen. Aber welche Sondersteine wollt ihr haben? Wollt ihr Metallic-Steine, wollt ihr AB-Steine, wollt ihr Fairy Dust, wollt ihr Metallic, habe ich glaube ich schon gesagt, wollt ihr Jettys haben oder was auch immer ihr gerne haben möchtet. Und ihr könnt da, also nur AB, nur Metallic etc. Ihr könnt aber auch einen Mix wählen. Entweder lasst ihr euch überraschen oder wenn ihr das Bild in den Warenkorb, das ist ganz wichtig, in den Warenkorb gepackt habt, dann könnt ihr unten in dem Bemerkungsfeld einmal einpflegen. Hör mal, ich möchte die und die und die Sondersteine haben. Dann könnt ihr den Mix auch, habe ich bei meinem Bild hier zum Beispiel auch gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte Fairy Dust haben. Man kann entweder Gold oder Silber anklicken. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne Gold und Silber haben. Und dann waren es auf einmal Jellies. Sehen mega geil aus. Hast du das von dem Seepferdchen noch nicht gesehen? Dann guck gleich mal einmal bitte bei dem Unboxing nach. Das war schon ein kleiner Fail am Anfang, aber hinterher hat es sich aufgeklärt. Auf jeden Fall, super, super Tipp. Ich liebe die Qualität. Ganz, ganz toll. Lässt dich super einfach pänten. Tolle Leinwand. Ich pänne hier mittlerweile wieder mit Glue Dots. Und da braucht man schon richtig guten Kleber, damit an die Steinchen nicht wieder von der Leinwand kommen. Und deswegen hat dieses Bild das auf jeden Fall in meinen Test überstanden. Und deswegen kann ich euch das auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Todi's Diamond Painting Art Shop. Bestellt er auf jeden Fall. Es sind sechs bis acht Wochen Lieferzeit. Allerdings müsst ihr Kauf nehmen. Aber besser als sechs bis acht Monate bei anderen Shops. No hate. Das war einmal Todi's Diamond Painting Art Shop. Das war von hier aus. Sieht ja noch schlanker aus. Oha. So, dann habe ich... Was ist das? Genau. Hier ist noch ein Bild fertig geworden. Ich habe aber auch viele Bilder fertig gemacht im Juli. Das Rainbow Foto kann man sich dabei sagen. Das war auch schon fast fertig. Das habe ich quasi noch mit reingenommen. Und ja, aber das ist halt der Vorteil. Dadurch, dass ich jede Woche ein anderes Bild paynte, kann ich euch in dem Monatsvlog immer alle Bilder nochmal zeigen. Und zwar dieses hier. Das war auch ganz, ganz zaubernd. Und zwar ist das von Nickys Kreativ Shop. Genau, Nickys Kreativ Shop. Sie heißt auf Instagram anders als ihr Shop. Das hat mich schon immer irritiert. Und zwar dieses wunderschöne Monsterchen mit dem Keks und dem Meshay. 50x50 war es groß. Und wir hatten, wartet, ich glaube, AB und Fairy Dust. AB, Fairy Dust und Metallic. Genau. AB, Fairy Dust und Metallic. Achso, es steht ja auch hier noch anders. Ne, steht noch nicht mit dran. Das ist noch nicht versiegelt. Das muss ich diese Woche auch machen. Das liegt ja bestimmt schon seit anderthalb Wochen immer noch nicht versiegelt. Ich bin aber auch wirklich faul. Ja, hat mir auch ganz gut gefallen vom Painten her. Also es hat auch den Glue-Dots-Test bestanden. Also es ist auch ein guter Kleber gewesen. Das kann man auch sagen. Es ist ein bisschen lückenhafter als manch andere Bilder. Ihr werdet das bei ein oder anderen, bei meinen Bildern, bei meinen Vlogs auch hier im Fall gesehen haben, als ich das gepaintet habe. So, das ein, die ein oder andere mehrere Lücke ist vorhanden. Das ist aber Meckern. Ich sage es nochmal dabei. Meckern auf hohem Niveau. Also ich sage mal, ich kenne jetzt mittlerweile so viele Shops, die ich ausprobiert habe. Kinnisbilder sind top. Trudy's Diamond Painting Bilder sind wirklich top. Und auch das ist top. Also da kannst du nichts gegen sagen. Das Einzige, was mich bei dem Shop nicht so gut gefallen hat, waren zum Teil die Motive. Also das war jetzt ein Motiv. Das hat mich voll umgehauen, habe ich gesagt. Als klar, das möchte ich haben. Ich mag aber nicht so kindliche Bilder. Also das Rainbow Photo Girl oder auch der Keksi. Ist nicht ganz so erwachsen, sage ich jetzt einfach mal. Aber von Niki die Motive, die sind halt wirklich sehr, sehr kindlich und sehr, sehr comikhaft. Was nicht so meinem Geschmack entspricht, aber den Geschmack von ganz, ganz vielen. Deswegen ist immer Vorsicht geboten. Das hier ist Vorsicht meine Meinung und hat aber nichts mit der Qualität der Bilder zu tun. Denn die ist wirklich gut. Es sind Harzsteine, tolle Sondersteine. Da stehe ich ja mittlerweile drauf. Es ist eine tolle Leinwand. Alles das, was ein gutes Bild, ein guter Shop mit sich bringen sollte, erfüllt dieses Bild. Zumindest ist es auch mehr als eine Empfehlung von mir. Und es hat mir auch super, super viel Spaß gemacht. So, das war die fertigen Bilder. Und jetzt habe ich noch zwei Bilder, die noch nicht ganz fertig sind. Die ja noch an meiner wöchentlichen Challenge noch aktuell mit daran teilnehmen. Und zwar ist das einmal der Fuchs Findus von Shiny Diamond Painting. Und den gibt es leider nicht mehr bei ihr im Shop. Der wird auch nicht mal nachproduziert. Aber sie hat auch andere wunderschöne Motive bei sich. Sie hat jetzt die Woche, doch, ich glaube jetzt die Woche. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. Aber ich habe bei Instagram heute gesehen, sie hat die ganze Woche einen Sommer Sale. 15, 20 Prozent, weiß ich gerade nicht. Schaut auf jeden Fall mal unten in die Infobox nach. Wie ich das verstanden habe, wird da in den nächsten paar Wochen es ruhiger bei ihr werden, weil sie wohl Nachwuchs bekommen. Und deswegen wird da in nächster Zeit halt nicht so viel Neues kommen. Aber trotzdem möchte ich euch diesen Shop auf jeden Fall empfehlen. Der Fuchs Findus ist so, so süß, dass diese tolle Sondersteine, es lässt sich so, so schön legen. Also da sind wirklich kaum Lücken drin. Es knackt beim Painten, sowas finde ich ja richtig geil immer. Und Fleische, Lauenwand, Harzsteine, halt alles das, was ein guter Shop auch einfach zu bieten haben muss. Hier ist die gepaint, also soweit bin ich schon gewesen bei dem Bild. Und das geht natürlich auch weiterhin in meinen Hoheitsvlog, in meiner Wochenschallenge natürlich mit ein. Ich bin froh, dass ich diesen Shop mal gefunden habe. Er ist durch eine Internetbekanntschaft gesagt, er habe ich immer da ein Bild bestellt. Ich habe das bei ihr gesehen. Und da sage ich, boah, hast du das bestellt? Ja, bei Shiny, der mit mir nicht so weit ist das denn. Ja, und dann habe ich da mal geguckt, habe gedacht, okay, jetzt bestelle ich. Und dann habe ich den Hasen Rosalie dort bestellt, habe ich auch schon mal ein Unboxing zugedreht. Das ist einer meiner allerersten Videos gewesen. Den Fuchs Findus habe ich auch ein Unboxing gedreht. Wenn du da auch mal vorbeischauen willst, würde ich mich freuen, wenn du auch, wenn diese alten, in Anführungsstrichen, vergangenen Videos auch immer noch die eine oder andere Reichweite bekommt. Ja, fand ich super cute. Und auch dieser Shop ist empfehlenswert. Sonst würde ich es nicht sagen. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Bild, was ich diesen Monat angefangen habe. Es ist noch nicht fertig. Ich habe da ja nur ein paar Tage dran gepaintet. Und zwar eine richtige Überraschung. Für mich jetzt persönlich eine Überraschung, weil ich immer dachte, die Bilder von Diapop sehen nicht gut aus. Leute, dieser Shop ist der absolute Shit. Die hat so gute Qualität. Also das ist jetzt hier den Omixi. Achso, ja gut, das hätte ich vielleicht mal vorher abmachen können. Egal. Wir sind hier unter uns. Ich habe jetzt hier bis zum Drachen. Den Drachen muss ich noch machen. Aber dann habe ich ja schon, dann war die Woche vorbei und dann bin ich jetzt wieder bei Tini Schnickschnack angekommen. Werdet ihr Sonntag sehen, welches Bild es wird. Aber ich denke mal, das werdet ihr ja schon bestimmt mitbekommen haben bei dem einen oder anderen Short. Aber jetzt soll es um Diapop gehen. Und Diapop hat wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität. Auch wieder Fleische, äh, Fleische, Flauscheleinwand, gegolfenen Kleber, Harzsteine. So, so schöne Harzsteine. Es hat Sondersteine und zwar AB-Steine, Metallic und Strasssteine. Das ist die Mischung aus dieser Omixi. Traum, oder? Also schaut ruhig mal, ich kann das hier manchmal nicht so einfangen. Wie die Steine liegen. Ich habe den einen oder anderen Short, ähm, davon auch mal mitgedreht. Schau mal in meinen Shorts vorbei. Die sitzen so, so schön, diese Steine. Das knackt. Ähm, ein toller Kleber. Die Glut, den Glutdots Test hat es mit 1A, mit Sternchen bestanden. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und es hat mir das Herz gebrochen. Das Bild wechseln musste. Aber es sind ja meine Regeln, ne? Und deswegen musste ich ein neues Bild, musste ich, habe ich ein neues Bild angefangen. Und, äh, aber dieses Bild wird auf jeden Fall, ähm, in zwei Wochen wieder auf meinem Tisch liegen. Und deswegen werdet ihr auch dieses Bild im August, äh, Rückblick im September auch wieder sehen. Und, äh, das Beste ist, bei Diapop, ähm, ich glaube, die haben jetzt drei Wochen Urlaub oder sowas, aber ist nicht schlimm. Könnt ihr noch, äh, ein bisschen was sparen. Nämlich 10%. Ich habe nämlich, bis ich das Bild fertig gepatet habe, einen Code. Und der lautet Björn 10. Okay, da könnt ihr nochmal 10% auf den Einkauf bei Diapop sparen. Ähm, habe ich jetzt nichts von. Ähm, aber ihr unterstützt den Shop da auf jeden Fall, was man, und ihr könnt dabei, wie gesagt, nochmal ein bisschen Geld sparen. Und, äh, in der heutigen Zeit ist es ja geil, wenn man jeden einzelnen Euro, ähm, spart. Und wenn es nur die Versandkosten sind, dann ist das doch auch schon mal schön, oder? Auf jeden Fall, das ist eine, also eigentlich ist alles eine Empfehlung, was ich euch zeige. Ähm, zumindest in dieser Woche. Es wird bestimmt auch mal den anderen oder anderen Fell geben. Ähm, aber den bestelle ich meistens gar nicht. Ah! Och, es gab ein Fell. Wartet, ich muss mal eben schneiden. Den Fell der Woche oder den Fell des Monats, den habe ich überhaupt gar nicht mit runtergenommen. Wartet, ich bin sofort wieder da. So, ihr Brillis, und zwar geht es um diese wunderschöne Sache, und zwar ist das Cubrix. Ich hatte so, so Bock auf Cubrix. Ähm, die, ich fand die Idee klasse, die Idee ist auch immer noch gut. Ähm, ich finde aber, nicht in der Diamond Painting Variante. Ähm, kurz erklärt, Cubrix hat eine Leinwand, ne, das ist hier auch auf, also richtig auch hochwertig. Auf eine Leinwand gespannt. Und, äh, du kannst ein Bild hochladen. Bis zu dreimal. Ich weiß gar nicht, ob ich das einmal im Unboxing gesagt habe. Ihr könnt bis zu dreimal ein Bild hochladen. Das pixelt euch das dann. Ihr habt bei der Painting Variante sieben Farben. Ähm, also zumindest bei der, die ich gehabt habe. Es gibt drei unterschiedliche Varianten mit unterschiedlichen, äh, Farbmustern. Dann zeigt er euch halt, ähm, direkt an. Warte mal, ich zeige euch das. So, ne, dann zeigt er euch an. Hier von 1 bis, äh, 13, wo ihr dann jeweils das Steinchen setzen müsst. Und ich zeige euch mal das Ergebnis davon. Äh, ich weiß gar nicht. Ach, das sieht auf der Kamera immer ganz gut aus. In Natura ist es wirklich grauenhaft. Also, ich habe mal drei Fältchen gepaintet. Für mich, ich muss das dabei sagen, ähm, ich bin natürlich es gewohnt, ähm, andere Sachen zu painten. Wie ihr ja gerade schon gesehen habt. Ähm, mit Hartstein zu painten. Ähm, sehr, sehr wenige Lücken. Und, ähm, das macht mir Spaß. Und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Das sind der Kultsteine. Da ist jeder Stein anders, äh, groß und hoch. Und, ja, ich habe mich mal durch drei Fältchen, ähm, durchgequält. Aber auch dieses Suchen immer, ne. Also dann immer gucken, wo kommt da welche Steinchen hin. Ähm, fand ich jetzt persönlich für mich sehr, 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 sehr anstrengend. Die Idee ist klasse dahinter. Wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, würde ich allerdings nicht die Painting-Variante benutzen. Da gibt es nämlich noch eine mit Klemmbausteine. Die ist allerdings auch dreimal so teuer. Der Vorteil davon ist aber, dadurch, dass ich gesagt habe, ihr könnt, äh, dreimal, ähm, euch eine Anleitung zuschicken lassen per E-Mail mit unterschiedlichen Bildern und Pixelungen. Ihr könnt das Bild dreimal in unterschiedlichen Varianten dann machen. Das könnt ihr aber bei der Painting-Variante nicht. Da könnt ihr nur eine einzige und dann ist es vorbei. Bei der, meine arme Blume, bei der Klemmbau-Variante könnt ihr die aber wieder abmachen und dann einfach nochmal neu machen. Und das finde ich halt wesentlich, äh, cooler. Und, ähm, ja, mal gucken. Vielleicht meldet sich Cubrix ja nochmal und sagt, ja, du hast ja so rumgeheult, dass die Variante, die nicht so gut gefällt, schicken euch mal die mit den Klemmbausteinen. Cubrix, gönnt mal. Nick, du siehst es bestimmt. Ähm, ja. Es ist halt, ist jetzt kein Fell gewesen, so, ne? Aber es ist halt für mich, ähm, nicht so das Wahre gewesen. Da habe ich nicht so viel Spaß dran gehabt. Aber für euch habe ich natürlich drei Felderchen gependet, um euch einfach mal meine Erfahrungen einfach, ähm, mal zu zeigen. Weil es gibt ja auch manche, die sagen, okay, hier, äckige Steine, äckige Steine finde ich total kacke. Ich mag keine äckigen Steine, ich möchte das in Rund. Dann ist es ja auch vollkommen okay. Also, was ich bei dir auch vielleicht nicht dabei gesagt habe, ist, ähm, sie hat auch ein bisschen Lieferzeit aktuell. Weil es, sie hat zwar welche auf Lager, allerdings müsst ihr da aufpassen, ihre Lagerbilder sind zum Teil alte Bilder. Ähm, die Numixis, das ist schon die super neue Qualität. Und, äh, wenn ihr ein Bild bei ihr bestellt, könnt ihr auch, ich auch genau wie bei Trudy's Diamond Painting Art Shop, die Größe aussuchen. Allerdings halt nicht die Sonderstelle, aber es ist nicht schlimmer, ihr könnt euch die Größe aussuchen. Und dann wird das extra für euch angefertigt. Deswegen dauert das auch da so ein paar Wochen, ich denke auch so sechs bis acht Wochen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, steht halt noch auf der Homepage, da habe ich keine Erfahrung mit. Ähm, weil das war eine Lagerware, die war innerhalb von drei Tagen, glaube ich, bei mir, die Numixis, ne? Und ich bin mir am überlegen, ob ich mir noch eine kaufe. Weil die sind echt süß. Ich hatte, ich habe immer gedacht, oder als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, ne, das ist nichts für dich. Nächsten Tag habe ich nochmal geguckt und habe gedacht, so, hm, vielleicht doch nicht. Und nach dem dritten Tag, als ich mehrere gesehen habe, habe ich gesagt, alles klar, ich muss es doch, ich hole sie mir, ich hole es doch. Und, äh, ja, bin ich Diana sehr, sehr dankbar, dass sie mir das zum Testen zukommen lassen hat. Und ich bin sehr, sehr begeistert. Gut, wir lassen das noch einmal Revue passieren. Das, also, jetzt kommen alle meine Empfehlungen. Diapop, wo ich auch einen Code unten habe. Äh, Björn 10, schreibe ich euch, wie gesagt, unten in die Kommentare rein. In die Kommentare hier in die, in die Infobox. Dann haben wir, äh, Shiny Diamond Painting Art Shop. Da wird es allerdings in der nächsten Zeit ein bisschen ruhiger werden. Aber den Code schreibe ich euch auch mal unten rein. Und auch, wie lange er gültig ist. Dann einmal Nikis Kreativ Shop. Ne, dürft ihr auch mal gerne vorbeischauen. Mit den, ähm, du qualifestest ganz gut, aber mit diesen kindlichen Motiven. Ne? Dann einmal Trudy's Diamond Painting Art Shop. Ähm, wo ihr alles personalisieren lassen könnt. Also nicht, also, ich suchte euch das Bild auf und könntet dann, äh, das gerne nehmen, was ihr gerne haben möchtet. Von der Größe von den Sondersteinen, etc. So, dann, einmal von Tini Schnickschnack, äh, der Keksi, ne, gibt's leider nicht mehr. Aber dafür, Tini, so, so tolle andere Motive, was ich, ich bin schon, auch mit dieser neuen Künstlerin Becks, ae, ne. Hm, die hat ja auch tolle Motive, aber ich hab so viele hier. Und, was ich noch viel, viel weiter weggelegt habe, das Action-Bild, auch eine super Empfehlung. Es kostet nur 3,99, aber richtige Empfehlung. So, und es gibt's hier auch noch per Action, also ab zum Action. Online gibt's die übrigens nicht. Äh, weil mich das mal jemand gefragt hat, man kann online nicht bestellen. Ähm, aber vielleicht hast du ja Glück und in deiner Nähe ist ein Action-Laden vorhanden. Gut, das war's von meiner Seite. So, sagt mal, äh, unten in die Kommentare vielleicht auch mal, äh, wie euch hier die neue Umgebung gefallen hat. Ich fand's eigentlich ganz, ganz entspannt, muss ich sagen. Das ist jetzt das erste Video, was ich jetzt von hier aus, äh, drehe. Also, klar, meine Unboxings, die kommen alle, äh, wieder wie gewohnt von der anderen Richtung. Auch meine Intros werde ich allerdings von, ähm, meinem Schreibtisch oben halt drehen. Da schieb ich hier nicht immer alles weg. Das wär ja totaler Quatsch. Aber, ich sag mal, jetzt solche Videos, da wo ich euch das einfach mal so, äh, wo ihr mich dann seht, wo ihr mich ein bisschen quatschen seht, wo, äh, ich euch, äh, meine, meine Monheitsrückblicke sagt, oder wo ich vielleicht irgendwas anderes habe. Aber ich, man weiß ja nie, was sich so alles in Zukunft noch, äh, ergibt. Würde ich das gerne von hier aus machen. Gefällt euch das? Gefällt euch das Blümchen? Hier diese, diese... Die spricht auch nicht mehr, diese Blume. Eieieiei, das Gestrüpp. Ähm, schreibt's mal gerne unten in die Kommentare rein. Und vergisst das, äh, Gewinnspiel nicht, ne? Ihr werdet ja jetzt im Laufe dieses Videos, werdet ihr, ähm, die Fledermäuse, ähm, die werdet ihr euch immer eingeblendet haben. Die habt ihr hoffentlich ganz, ganz fleißig mitgezählt. Und dann schreibt ihr mir mal an, wie viele, ne, von der Anzahl her, wie viele Fledermäuschen, äh, ich euch eingeblendet habe. Und, ähm, dann einmal das Fledermaus-Emoji dahinter, um diese wunderschöne Fledermaus von Teenie Schnickschnack. Ist übrigens ein personalisierter Aufhänger, ne? Also den kriegt ihr keinen anderen Shop, nur wer Teenie Schnickschnack, ähm, gewinnen könnt. Und einmal diesen, äh, E-Painter. Und dann werdet ihr, äh, auch vom Steinchen sucht, die irgendetwas in eurem Paket dabei haben. Ein, zwei Sachen. Ich guck mal, was ich euch entbehren kann. Ähm, was verhalte ich euch aber nicht. Ihr dürft gerne meinen Kanal auch abonnieren, wenn ich euch jetzt überzeugt habe. Den muss ich in Zukunft auf jeden Fall unterstützen. Und den muss ich in Zukunft auf jeden Fall, ähm, öfters zuhören. Dann freue ich mich über ein kostenloses Abo. Ähm, aktiviert dabei ruhig das Glöckchen, damit ihr immer von mir erfahrt, wann ich euch wieder, ähm, ein, äh, schönes Video hochgeladen habe. Liked den Kanal, kommentiert eben, ähm, oder genießt einfach meine Stimme jetzt gerade während des Paintings. Egal, wo ihr gerade gewesen seid. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Und, äh, ich drücke euch ganz, ganz fest. Äh, ich finde es ganz toll, wie wir hier gewachsen sind. Und, äh, ich würde sagen, auf eine glorreiche Zukunft. Seid lieb zueinander. Painted mit, äh, Leidenschaft. Und, äh, vor allem, passt euch auf auf. Macht's gut. Ciao.